Wir machen auf am 26. April in der Freien Spielstätte am Waisenhaus Ring 2. Mein Name ist Julia Raab und ich bin seit 2013 hier in Halle freischaffende Figurenspielerin und Theaterpädagogin. Und ihr werdet mich am 26. April auf jeden Fall auf, vor, in und um die Bühne der Freien Spielstätte herum erleben. Seid herzlich eingeladen zu unserer Eröffnungsveranstaltung am 26. April in der Freien Spielstätte. Denn wir machen auf!